So, jetzt sind wir wieder da. Ich habe das Szenario komplett neu gestartet, denn es gibt eigentlich eine... Jetzt passiert hier schon wieder nichts. Ah doch, jetzt. Genau, das ist gerade nicht ausgelöst worden, das war ein Bug. Und jetzt kommen wir nämlich da durch und können weiter. Das ist bei meinem ersten Versuch gerade nicht passiert. Ich habe jetzt gerade nur nachgeschaut, was ich da falsch gemacht haben könnte. So. Dann machen wir die mal fertig hier. Down. Wo machen wir die alle Down hier hin? Verdammte Allianz-Förer. Ihr werdet keinen Schritt weiter... Niemand überrumpelt die siebte Legion. Ja doch scheinbar schon, ne? Ich hab gesagt, was kann ich für euch tun, wos? Guck mal, ich hab' dich gedacht, was kann ich für euch tun, was? Okay, jetzt bin ich scheinbar raus. Das hat geklappt. Okay, das ist irgendwie geil. Wer gehört, Bürger von Sturmwind? Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs! Oh, jetzt wäre ich fast aus dem Kreis raus. Wartet kurz. Weiter. Alter, voll die Metal Gear Solid Action hier. Hey, schnell, runter vom Weg. Ich finde das gerade irgendwie lustig, die Mission hier. Hat was. Gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Okay. Na lecker, ey. Bleibt wachsam. Laut dem SE-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Alter, wie wir uns hier durchsniegen. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Ja, dann los geht's. Los geht's. Bleibt zusammen. Komm zurück, Mann. Nein, Hilfe, fuck. Ich hab, ich bin voll verkackt. Ich hab's voll verkackt. Ich hab sowas von verkackt. Da bin ich jetzt wieder außerhalb von Stealth. Okay, das passt schon. Jetzt bin ich scheinbar außerhalb von Agro-Reichweite von denen wieder. Es ist schon sehr einfach, dass man sich einfach wieder verstecken kann. Moment, wo sind die Wachen? Zuul ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Oh, fuck, immer noch. Ah, aber die sind auch außerhalb von Stealth scheinbar. Ah, nächste Phase. Hinterhalt der Worgen-Alter. Es sind zu viele. Die Barriere wird nicht halten. Macht sie kalt, bevor sie durchbrechen. Ich muss hier ran. Oh, ich habe sie gefunden, mein König. Ich bringe euch ihre Häute als Trug. Der alte Valve hat uns gewittert. Wir müssen hier weg. Ich muss hier ran. So, machen wir die dauernd. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anbisieren. Erledigt. Was kann ich für euch tun, was? Erledigt den ganzen Kram. Erledigt den exterminieren. Ja, das müssen wir scheinbar. Was hast du denn gefunden? Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach. Okay, dann machen wir das. Doch wollen wir. Auf geht's. Oh, Jaina. Ja, Jaina. Jaina ist echt krass. Ich bin weg. So. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger entzündlich. Ihr seid echt ein grausamer Feind, Zul. Er fackelt alles ab, ey. Okay. Für die Dunkelspäne. Der Hafen. Wir müssen weiter. Ja, oh mein Gott, was ist denn hier los? Down. Ich höre euch, Mann. Alter. Ah, da ist der Ander. Der Untote. Also das ist ein vollendetes Desaster. Bereit. Achtung. Die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Ja, Jaina ist gerade ein bisschen angepisst, würde ich sagen. Eisbarriere. Man kann die nicht anstürmen. Man kann die nicht anstürmen. Dann lasst doch die Eisbarriere kaputt schlagen hier jetzt. Ja, ihr müsst mich ja nur gehen lassen, dann bin ich weg. Dann füllen wir kein Leid. Zumindest nicht jetzt. Erhört uns. Mächtiger Rezan. Leidt mir eure Kraft. Ich kämpfe die, die sich nicht selten setzen können. Ja, ich mach hinrichten auf eine Eisbahn. Gehen wir. Ach, zu gut. Oh, die Tauren kommen doch noch, oder? Haben wir nicht Tauren-Unterstützung vorhin noch besprochen? Ich kann mich vage daran erinnern, dass das Thema war. So, dann haben wir die mal alle kaputt. Ich muss nie erinnern. Down. Ich brauche einen Down. So. Nächste. Er kommt hier. Ja. So, Nächste. Was ist das? Okay, es geht ab, tauren! 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 Down! Sie folgen uns nicht? Jaina! Nein, aber ich glaube, ich weiß warum. Seht! Ihr habt viele Unschuldige getötet, aber hier endet euer kleiner Ausbruch. Er gebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Geile Antwort, gefällt mir. Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint die Hilfe von dem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sui. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldaza. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Pferde verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Sylvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herr in der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. Oh, mächtiger Rezan. Ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht und ich erhöhe euch. Ich bringe uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung. Kurs auf die Nebelbank. Die Segel. Wir haben kein Wind. Wir laufen voll Wasser. Kurs auf die Nebel. Horde. Horde. Willkommen. Okay, wir sind angekommen auf dem neuen Gebiet der Horde. Das ist echt krasser Scheiß, ey. Ich bin mal echt gespannt, was die Allianzseite da zu bieten hat. Die habe ich nämlich noch nicht gespielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die neuen Quests hier anspiele. Oh, Zehner. Hallo, meine Kleine. Hast du mich vermischt? Komm, Champion der Horde. Wir starten meinem Vater in Besuch ab. Zoom. Bis später. Was wollt ihr? Hm. Okay. Haben wir die Quest abgegeben. Und haben den ersten Schritt in das neue Gebiet gemacht. Und wir haben hier ganz viele Horde Flugpunkte und nur ganz wenig neutrale Flugpunkte. Ich denke, das Gebiet wird als Ali nicht so rosig verlaufen. Aber dafür ist es ja auch nicht da. Ich würde sagen, dann beenden wir den Part hier. Wir haben uns auf die neue Insel begeben. Und das nächste Mal beginnen wir dann hier in Suldazar unsere Reise als Goblin der Horde fortzusetzen. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao.